ARD Text im Auftrag von Funk Kohle, 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 Kohle Bruchstein Das Feld ist auf jeden Fall zu klein Gibt es da was? Ja warte mal 67 habe ich hier Ne es sind 60 Felder Zu klein 50 50 Also die einmal hatte ich da oben Aaaaaaah Das sind niemals die Mitte Ich muss mir Fackeln machen So 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 Okay, Weizenkörner. Haben wir auch noch Getreide da? Oder sind alles auch weg? Ah, nice. Weizenkörner. Ach, das ist die Mitte. Ah, wird schon wieder dunkel. Wir können auch schlafen gehen, wenn du magst, ne? Ja, dann muss ich mir erstmal ein Bett bauen. Geht nicht im Lager eins. Doch, ja, stimmt. Ich guck mal, ob ich hier unten schlafen kann, weil die sind Zombies. Ne, ich kann schlafen. Also, ich liege. Eiko auch? Ich auch. Sehr gut. So. Jetzt geht das Gebuddel wieder los. Du brauchst gleich Hilfe, wa? Ja, nicht wirklich. Also ja, vielleicht. Ich fütter gerade, dann kann ich vielleicht dazu kommen. Ich commence die Zeit. J歌 ist sehr recht äitzer. All' Und fast in Luft da, dann erstmal probieren muss Ich mache mich voll. from laute sizing bei ihrer Reise. Ok, aber ich möchte euch gerne ein paar Party. нем dann unserHAN子 mehr werden, bis zur Schlajarembebebebebebebebebebebebebebebebe. das krasse ist wir brauchen auch noch einen raum da drunter wo die reinfallen wir haben echt noch viel buddel arbeit vor uns um dann noch dahin zu buddeln dass wir zum raum kommen muss der weg 3 breit oder 2 breit sein ja gucken doch das sehe ich dann die falle funktioniert nicht beziehungsweise die fahren das sehe ich dann da kommt sie gar nicht hinterher ich habe so viele sechs eier und nebenbei hörst du schon immer plopp plopp eier wir brauchen eier geil wäre es halt wenn hier noch ein mob spawner gewesen wäre ich habe es gemerkt ich habe es gemerkt ich bin jetzt fertig das ist extremst gefährlich gibt es hier ja kein holz in dem lager ne die holz haben wir nicht so viel vorne an den eigentlich dabei leicht also ein zwei kisten ach hier aber es ist halt nicht wirklich viel da ist echt nicht viel drin er wird halt auch immer wieder gebraucht ja ich komme mit buddeln braucht ihr noch hilfe oder soll ich schon mal abbauen ja du kannst wenn du willst was bauen wenn du willst kannst du bauen ja du hast ja reichlich schilder hier da ist ein creeper kopf naja zum glück fällt mir hier nicht viel ach so du hast hier schon links gebaut da ist ein creeper mach den mal platt bitte jo ist tot so wie sieht es aus ja wo soll ich buddeln äh zu deiner ja zu deiner linken ist auch so ein 3 breites Feld da kannst du dir entgegen buddeln zu meiner linken? ja jetzt zu deiner rechten hinter dir genau da in die Rischung aber pass auf wenn sich die Wege kreuzen irgendwann bis halt bei der Schlucht ach so ah ich verstehe und das muss 3 tief sein deswegen wir müssen hier auf jeden fall dann noch ein bisschen was zubauen oh meine Nase die geht mir auf den Keks wa oh jetzt sind Tinkers und Zocktammer da schön 3x3 fällt oooooh fängst dir genauso an wie der Ellroy war nur mal so reingebrochen mehr nicht ja 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 h works wie ich hier über unsere Decke die wir ringezwungen haben da muss bestimmt tausende von mir Insurance Ja man, ich hör's auch Ich hör's Das scheiß Geräusch von den Skeletten Ich hör das auch, ey Da kommt auch mal zwischendurch Ich hoffe mal, dass es die Mitte war, wo du buddelst Ich hoffe, dass ich richtig gerechnet hab, wenn ich auch nicht nehm Ist das jetzt 3 oder 4 tief? Oh Vielleicht gesniped Was snipest du denn? Ich werde gesniped Ach du Vielleicht macht's bei mir wieder plomb Da, siehste Weil Franz hat sich ja runtergeladen und kam auf den Server Ne, ne Gibt's schon ne neue Version Jaja, er hat glaube ich runtergestellten Ja Achso Dann gibt's wie neue Ja Ja Wir wollten eigentlich auch updaten Vielleicht ist da das Problem mit dem Plonk weg Das kann durch sein Naja, egal Beim nächsten Mal Nächste Aufnahmesession Ja Ne, ne Ihr könnt mal schön da bleiben Zumachen mit dem Ding hier Ja 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 Mäpp mepp Mäpp 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 Wo musst du da ankommen? Da Da Ich hab mein Part schon fertig Ich hab die Hälfte gleich Du hast ein Loch gebaut, du Wichser Wer? Du! Warum? Ich bin tot Ich glaub keine Chance, komm nicht weg Wo hab ich ein Loch gebaut? Ja, wo bist du reingefallen? Du hast irgendwo ein Loch gebaut, Mann Nee, das hab ich nicht gebaut Na klar Da haben wir wahrscheinlich irgendwann mal rausgefarmt Auf jeden Fall kannst du Ja 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 Ich seh's schon Ja Ja Sorry Aber ich find's lustig Ich find das nicht so lustig Nein Wie viel da tot ist das? Das würd ich gerne echt mal wissen, ey Warte, 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 warte Warte, 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 warte Hier ist ein Creeper Ja Bars, bereit, okay... Warte Nein, 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 nein Du, jetzt kannst du rein laufen Komm, komm, schnell Futar Mein Schwert ist kaputt gegangen, mein Schwert ist kaputt gegangen, ich muss mein richtiges Schwert rausholen. Einer ist kaputt. Ok, kaputt. So, kann es sein, dass ich von dir was aufgesammelt hab? Kann sein, weiß ich nicht, hab noch nicht nachgeguckt. Ne, ich hab nichts von dir aufgesammelt. Mach hier erstmal kurz safe hier. Alter. Das Skelett, ne? Das hätte mich hier beinahe runtergeschüttet. Oh, da unten liegen noch Sachen von dir. Oh nein. Habe ich Pfeile? Ja. Ja. Du wirst erstmal schnell sortieren hier, dass ich jetzt mal klarkomme mit deinem Leben hier. So, Eisenschwert, Pfeile. Also eigentlich bin ich der Meinung, kannst du da runter springen. Na ja, jetzt lass los. Wach doch gleich. Jetzt mach ich mal ne Taskbar hier sortieren. So. 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 Das ist eigentlich wieder hoch. Oh hier. Back off. Ja.